ja hier auf wunsch ein kurzes video wie man scratch online verwenden kann wenn der flash player deaktiviert ist wenn etwas nicht funktioniert kann man das hier sehen wenn ich hier im google chrome bin gehe ich hierher auf entwickeln geh hin und seh dann flash player ist blockiert was man soll ich machen muss flash aktivieren denke ich hier oben auf sicher suche mir flash aus und auf dieser webseite zulassen wird es garantiert nur hier beim diese scratch seite dann zugelassen verwenden kann man schon funktioniert dann der entsprechende online editor so 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 so